Es ist eine unglaubliche Transformation gestartet und vielleicht spürst du das auch, denn ich denke, jeder von uns kennt so diese Phase, manchmal auch wirklich längere Zeiträume, in denen wir uns wie festgefahren fühlen, oder? Gibt es bei dir zum Beispiel einen Lebensabschnitt, einen Lebensbereich, in dem es sich vielleicht eher so grau und leer anfühlt, in dem es keine oder vielleicht auch sehr wenig Lebensfreude gibt? Ich spreche so von diesen Phasen, in denen wir uns irgendwie gefangen fühlen und nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll. Ja, und vielleicht geht es dir gerade sogar jetzt, genau jetzt in diesem Moment so, und du fragst dich, warum ist das bei dir so? Und vielleicht sogar auch, was soll dir das Ganze sagen? Wir sind jetzt in einer ganz neuen Ära der Transformation. Uns fällt es immer öfter und auch echt mit so einem richtig lauten Knall vor die Füße, dass es um unsere Freiheit geht. Aber uns wird diese Freiheit nicht einfach nur so geschenkt. Im Gegenteil, du musst wirklich selbst dich um Befreiung bemühen und dafür ist jetzt Mut und auch vor allen Dingen deine Entschlossenheit gefordert. Ich bekam gestern noch eine ganz liebe Nachricht von einer Frau aus unserer Community hier. Sie fragte mich, Linda, ich bin total verwirrt, mir geht es zunehmend schlechter, und ich frage mich, wann werden diese Energien, die mich so sehr herausfordern, endlich all meine Blockaden aufgelöst haben? Diese Frage hat mich unglaublich verwundert und ich dachte erst, ich hätte sie falsch verstanden. Und ich habe ihr im ersten Zuge erst einmal geantwortet, natürlich gar nicht. Die Energien lösen nichts für dich auf, aber sie reizen deine Blockaden, so wie es unsere Ohren reizt, wenn ein Instrument total verzerrt gespielt wird. Dann halten wir das wie nicht aus und wissen, entweder müssen wir die Flucht ergreifen oder das Musikinstrument selbst in die Hand nehmen oder stimmen oder whatever. Und du erkennst eben einfach anhand dieser verzerrten Frequenzen in dir selbst, was sich lösen muss, was du selber lösen musst, was du selber heilen musst und dich von den Unwahrheiten in dir selbst befreien musst. Interessant war, dass sie meine Antwort als sehr hilfreich empfand, weil sie viele Informationen dahingehend aufgefasst hatte, dass die Energien alles für sie auflösen würden. Und jetzt kann sie endlich aufhören zu warten und endlich aktiv zu werden. Ich erzähle das Beispiel ganz bewusst, weil ich einfach so die Vermutung habe, naja, vielleicht gibt es den einen oder anderen in unserer Community, der das genauso sieht. Weil wir lesen ja immer wieder so dieses, wie lange noch? Wann sind wir endlich durch? Wann hört das endlich auf? Und das ist wirklich ein ganz individueller Prozess, weil die Antwort hat mit dir zu tun. Und vielleicht stehst auch du ganz aktuell so vor der Herausforderung, deine inneren Grenzen zu erkennen, diese zu überwinden oder sie woanders auch aufzuzeigen. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass die Freiheit der neuen Zeit ihren Preis hat. Und dieser liegt darin, dass du dich selbst ermächtigst und immer wieder aus deinen alten Mustern ausbrichst. Möglicherweise empfindest du das genauso herausfordernd wie diese Dame aus unserer Community oder wie viele andere eben auch. Wisse, alles, was dich jetzt triggert, reizt oder dir dein Leben schwer macht, ist nicht dazu da, um dich zu ärgern, sondern Traumata, Urwunden und Plakaden in dir aufzuzeigen, damit du sie aufräumen kannst. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst diese Aufgabe meistern und die Lust und Freude am Leben nicht nur wiederfinden, sondern sie wird eine ganz neue Qualität in deinem Leben erreichen. Das sind nur ganz wenige Wochen. Da wird sich dein Leben komplett verändern. Es braucht eben einfach nur etwas mehr Awareness, Ehrlichkeit, Mut und Durchhaltevermögen und aber auch Vertrauen in dich selbst. Ich kann dir das so ganz ruhig und auch bestimmt hervorsagen, weil ich diesen Weg schon gegangen bin und ihn auch immer wieder gehe. Also was hält dich zurück? Bestimmt hast du auch schon gemerkt, dass der Verursacher deiner dich zurückhaltenden Muster nicht die Welt da draußen ist, sondern das, was dich zurückhält, ist das Limit, das du dir selber setzt. Und im Wandel von der alten in die neue Welt ist es jetzt Zeit, nicht mehr weiterhin im Schatten deiner Zweifel zu leben, deiner Limitierungen. Und deswegen ist die ganz große Aufgabenstellung der aktuellen Phase, besiege dein Limit und nimm dein Leben in deine Hände. Das betrifft uns alle, ob jung, ob alt, ob reich, ob arm, whatever. So. Mein Name ist Linda Giese und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu diesem Lebe glücklich Podcast. Und ich bin seit über 20 Jahren spirituelle Mentorin, bin auch die Autorin des Buches Bewusstsein Next Level und die Begründerin der Seinspotentialmethode. Die Seinspotentialmethode ist so der Schlüssel für dein Glück, weil du erst einmal erkennst, was sind denn überhaupt deine Seinspotenziale, also sprich deine Stärken, die dir für dieses Leben mitgegeben worden sind, die eben wirklich wie so Schlüssel in jedes Schloss passen und dir Türen öffnen, die bis dato verschlossen geblieben sind. Wenn du dazu mehr wissen möchtest und vielleicht auch erfahren möchtest, wie du deine Seinspotentiale aktivierst und damit auch eben ganz klar auch Themen in deinem inneren Aufräumst beseitigst, die dir im Wege stehen, dann möchte ich dich einladen zu unserer kostenfreien Live-Show. Den Link, um kostenfrei dich anzumelden und teilzunehmen, den findest du in den Shownotes hier zu diesem Podcast. Also melde dich am besten direkt an und dann bist du beim nächsten Mal dabei. Klemm dir am besten auch direkt dein größtes Problem unter den Arm, bring es mit in die Show, denn mit ein bisschen Glück können wir sogar genau an deinen Themen arbeiten. Denn der Vorteil dieser Show ist, dass ich dich hören kann, dass ich dich sehen kann und dass ich eins zu eins mit dir ins spirituelle Mentoring, ins Coaching gehen kann. Also Einladung steht, der Rest liegt an dir. Die energetische Frequenz, die aktuelle Frequenz löst einen inneren Kampf, so könnte man das schon sagen, zwischen der Sehnsucht nach Sicherheit und dem Drang nach Selbstbestimmung und nach Freiheit in uns aus. Und in beidem liegt so die Essenz der Freiheit selbst. Wir wollen uns in einer Welt sicher fühlen und auch geborgen fühlen, willkommen fühlen, um uns dann selbst entdecken zu können und uns entfalten zu können. Erinnern wir uns? Das ist die Grundlage unseres Inkarnationsvertrages. Ja, uns sicher zu fühlen, willkommen und geborgen zu fühlen, um uns zu entfalten. Und viele von uns haben nun bewusst oder aber auch unbewusst die Entdeckungsreise an diese Erinnerung angetreten. Ja, und wer sind wir jenseits unserer Limitierungen und auch jenseits unserer Unbewusstheit? Das ist so die Reise. Wer sind wir, wenn wir frei sind von Limitierungen und wenn wir frei sind von Unbewusstheit? Und wie sieht die Welt dann aus? Und jeder, der sich auf dieser Reise befindet, der kriegt den Geist auch nicht mehr zurück in die Flasche. Selbst, wenn dir immer wieder mal bewusst wird und du vielleicht sogar auch zurückschreckst, was so der Preis ist für diese Freiheit, der Preis so für diese Reise, ja, nämlich, ja, dass du lernen musst, loszulassen. All das loszulassen, was dich behindert, was zu viel Raum einnimmt, damit du Platz schaffen kannst für die neue Welt. Und das erfordert Mut. Ganz logisch. Und hier merken wir sehr schnell, dass Freiheit in der neuen Welt nicht nur heißt, tun und lassen zu können, was wir wollen. Ja, das ist so das eine. Ja, sondern hier weht ein ganz, ganz anderer Wind und der pustet uns wirklich so in den tiefsten Winkeln unserer inneren Ausrichtung durch. Und dieser Wind, der, ja, der trägt auch so das Thema Verantwortung zu uns, ja, Verantwortung für uns zu übernehmen, für dich und dein Leben, deine Ausrichtung, deine Entscheidungen. Weil jede Entscheidung, jede Entscheidung, die du triffst, aber auch genauso wie jede Nicht-Entscheidung, die du nicht triffst oder triffst, kann man auch sagen. Jeder Schritt, den du für dich gehst und jeder Schritt, den du eben nicht gehst, all das hat weitreichende Konsequenzen für dich und dein Leben. Und diese ereilen uns oftmals schneller als wir glauben. Ja, sind wir in der alten Zeit, in der alten Welt noch sehr gesegnet gewesen, wie man es sehen möchte, ja, von einem Zeitpuffer, der zwischen innerer Ausrichtung, Entscheidung und Ereignissen stand und wie oftmals die Zusammenhänge zwischen unserem Verhalten und den Geschehnissen gar nicht mehr, also die Zusammenhänge konnten wir gar nicht mehr erstellen, ja, konnten wir gar nicht einordnen, sind doch jetzt die Auswirkungen in dem Übergang in die neue Zeit, in die neue Welt oder eben auch in der neuen Welt viel konkreter erfahrbar. Ja, wir erkennen unsere ungeheilten Seinszustände, unsere, auch Schibritis, ja, aber auch unser Ego, ja, und vieles mehr, das hat einen direkten und unmittelbaren Einfluss auf unser Leben. Da können wir uns nicht mehr verstecken und wir können auch die Verantwortung nicht mehr abgeben. Und darum egal, wirklich völlig egal, was du vorhast, egal wie du dein Leben führen möchtest, jetzt ist es einfach notwendig, Vertrauen in deine eigene Macht zu entwickeln. Wirklich. Ich sage das so deutlich, ja, deine eigene Macht, weil, ich weiß nicht, oder andersrum, ich weiß nicht, jeder ist aus diesem Holz geschnitzt, ja, und manch einer, der wundert sich, warum so das ganze Licht-und-Liebe-Konzept so nicht mehr funktioniert, ja, warum diese ganzen Licht-und-Liebe-Glaubenssätze auch nicht mehr funktionieren. Das liegt einfach daran, weil wir diesen Puffer, diesen Zeitpuffer nicht mehr haben, ja, und warum wir, wenn wir doch auf dem Weg in die Einheit und in das Miteinander sind, warum es da jetzt darum geht, unsere Macht zu kultivieren und auf uns selbst zu schauen, statt die Welt zu retten. Ja, das hat was mit Geschwindigkeit zu tun und, ja, mit Authentizität. Und diese Macht, von der ich spreche, ist eine Form der Selbstermächtigung, ja, die wir gerne auch zum Wohle alle einsetzen können. Und darauf wird es auch hinauslaufen. Doch um das zu können, musst du erst einmal die Macht wieder erlangen. Ja, du musst dich all den Themen stellen, die du bisher auch vielleicht vermieden hast, verdrängt hast, die dich machtlos fühlen lassen haben. Und das sind alte Muster, die es gilt aufzudecken und damit verbunden sind auch Selbstsabotage-Programme. Diese müssen wir beenden. Denn all das hält dich von deiner Macht ab. Selbstermächtigung, Macht. Da gibt es so ein paar spannende Fragen, die du dir stellen kannst. Bist du authentisch? Oder lebst du wirklich so, wie du bist? Oder spielst du eine Rolle? Gehst noch zu viele Kompromisse ein? Wo bist du nicht ehrlich mit dir selbst oder eben auch nicht ehrlich mit anderen? Lässt du dich manipulieren? Und wie oft manipulierst du selbst? Das sind so Fragen, die du dir stellen kannst. Das kannst du ganz oberflächlich tun. Aber du kannst auch den Mut aufbringen und da wirklich mal ganz tief und ganz gnadenlos ehrlich sein. Denn indem du dich diesen Themen wirklich ganz aufrichtig stellst, kannst du erkennen, was dich bisher zurückgehalten hat. Und diese Antworten, die sind unfassbar spannend. Diese Fragen geben dir die Chance, ganz ehrlich darauf antworten zu können. Wieso du gewisse Dinge tust und wieso du gewisse Dinge lässt und was es ist, das dich wirklich unglücklich macht. Und wenn du bereit bist, dorthin zu schauen und bereit bist, dann eben auch Veränderungen anzugehen, dann wird sich dein Leben innerhalb nur ganz weniger Wochen komplett zum Positiven verändern. Das ist auch ein Geschenk der aktuellen Zeit. Ja, vielleicht erkennst du, dass du dich in manchen Situationen ohnmächtig fühlst. Möglich. Vielleicht hast du aber auch so das Gefühl, dein Leben konfrontiert dich aktuell immer wieder mit Ängsten, vielleicht auch mit Träumen oder Verlusten. Und das kann ein Hinweis sein, dass du jetzt auch bereit bist, die dahinterliegenden Themen, also die Ursachen endlich zu erkennen, sie zu heilen und loszulassen. Denn es geht nicht darum zu kämpfen, sondern darum zu verstehen, was dich innerlich bewegt. Und zwar in alle Richtungen. Ich hatte selbst, also ich würde dir gerne ein Beispiel erzählen, so die vergangenen Wochen, wirklich neben sehr merkwürdigen Themen, denen ich ja irgendwie immer wieder begegnete und mich stellen musste, so neben all diesen Themen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich etwas ganz Bestimmtes loslassen müsste. Ich habe auch oft in unserem Podcast darüber gesprochen, dass wir jetzt etwas loslassen müssten. Bei mir selbst kam ich aber nicht drauf, was es ist. Und ich träumte so ganz diffuse Botschaften. Ein Traum war total verrückt, so von zwei Bäumen, die in meiner Wohnung stehen und die jeweils von einem dicken Spinnennetz eingewoben waren. Und in dem jeweiligen Spinnennetz wohnte auch so eine richtig dicke, fette Spinne. Im Traum wollte ich, wie im Wachzustand auch, die Spinnen nicht töten. Es war mir auch so ein bisschen unbehaglich, sie so in meiner Wohnung zu wissen. Und mir war klar, dass die Bäume in diesen Spinnennetzen ersticken würden. Also im Traum war das so. Und im Traum erschien am nächsten Tag eine Mitarbeiterin aus meinem Team und sie verkündete mir ganz freudestrahlend, Linda, ich habe die beiden Spinnen ins Freie gesetzt. Teil merkwürdig. Das ist die Mitarbeiterin, die als erstes laufen gehen würde, wenn sie irgendwo eine Spinne sehen würde. Okay, ich entfernte die Spinnennetze und sah im Traum, dass beide Bäume überlebt hatten. Aber einer von beiden war wirklich sehr verkümmert. Und es war im Traum offensichtlich, dass er es da, wo er stand, nicht schaffen würde. Also in meinem Wohnzimmer würde er nicht überleben. Und im Traum war auch deutlich, dass er ein Plätzchen brauchte, in dem er regenerieren konnte, genesen konnte. Und vor allem, wo er auch komplett seine Ruhe hat. Ich sag dir ja, die gesamte nachfolgende Woche grübelte ich über diesen Traum nach. Ich wusste, da war ein ganz elementarer Schlüssel für mich drin, der super wichtig ist. Und jetzt am Freitag wurde es mir wirklich richtig deutlich bewusst, was ich loslassen sollte. Im ersten Moment dachte ich, das sollst du loslassen? Das Thema ist aber wirklich super simpel. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Doch dann wurde mir so die Tragweite dieser Entscheidung oder dieser Aufforderung immer bewusster. Und ich verstand, dass es eigentlich gar nicht darum ging, um das, was ich da loslassen würde. Das war nur so ein Symbol für etwas, was gehen muss. Aber das ist, dass Prozesse, die damit ausgelöst werden, der Beginn einer Heilungsreise in eine viel größere Version meines Seins auslösen würde, dass die Reise damit beginnen würde. Wenn dich das interessiert, was ich loslassen werde, das ist mein regelmäßiger Content hier. Und die Betonung liegt nicht auf Content, sondern die Betonung liegt auf regelmäßig. Und das betrifft unseren Podcast hier, aber auch mein YouTube Live. Das bedeutet einfach, dass ich die Anzahl meiner Veröffentlichungen reduzieren werde. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mittlerweile dem Content gehöre und nicht mehr mir der Content. Ja, es macht mir einfach super Freude und ich habe das einfach nicht spüren können. Meine hohe Disziplin hat mich so ganz ungemerkt getrieben und nun lasse ich das Getriebensein los. Ich habe es vorher nicht gesehen. Ja, ich teile mit dir natürlich in Zukunft immer wieder etwas, aber immer dann, wenn es was zu sagen gibt. Und nicht, ja, wenn es nichts zu sagen gibt, dann werde ich einfach still sein. Und ich bin euch als Community super dankbar und wisst bitte, ich mache das nach wie vor mit Freude. Ihr habt mich all die Jahre auch mitgetragen und mir auch die Treue gehalten. Und natürlich hoffe ich auch, dass ihr das weiterhin tun werdet. Aber es ist mir total bewusst, dass einige gehen werden. Und das ist okay, weil ich kenne das. Ja, einige werden sich abwenden. Damals in meiner Zeit, als ich noch im TV gearbeitet habe, da war ich unglaublich umjubelt. Ja, aber in dem Moment, als ich mich etwas zurückgezogen hatte, da geriet ich auch ganz schnell in Vergessenheit. Das war damals eine für mich sehr schmerzhafte Erfahrung. Und es wird diesmal vielleicht auch so sein. Und ich verstehe, dass es gibt eine Unmenge an verlockenden und wirklich tollen Möglichkeiten, sich hier auch anderen YouTubern, Podcastern zuzuwenden. Jeder wie er mag. Alles ist richtig. Für mich persönlich ist es eine ganz neue Erfahrung, so den Schutz der Disziplin zu verlassen. Darüber rede ich ja eigentlich mit dir. Und zu erkennen, ich brauche sie nicht mehr. Ich bin ja entwachsen. Aber etwas in mir rebelliert. Doch würde ich bleiben, würde ich in der Disziplin so krass bleiben, würde sich die wirklich wunderschöne Kraft der Disziplin, die nach wie vor eine meiner stärksten Eigenschaften ist, die würde sich in einen Kampf wenden. Die würde sich drehen. Es würde sich dann um Follower gehen, um Klickzahlen. Und vor allen Dingen würde es sich in einen Kampf gegen mich selbst wandeln. Und das bin ich nicht. Und den könnte ich sowieso auch überhaupt nicht gewinnen. Wie ich ihn vor vielen, vielen Jahren auch schon mal verloren hatte, da habe ich auch um jeden Preis an der besagten TV-Karriere festgehalten. Ja, und bis ich mich irgendwann wirklich komplett darin verloren hatte und mich die Erkenntnis mit voller Wucht traf. Eines Tages traf mich die Erkenntnis mit voller Wucht, wie sehr ich mich begrenzte, wie sehr ich mich belog und mein Glück und sogar auch das Glück meines Kindes gefährdete. Ganz ungesehen. Und ich musste mir eingestehen, dass es wirklich nicht normal ist, immer diesen Druck und Stress zu spüren und auch immer ja, alles zu schlucken, damit das Kartenhaus nicht zusammenbricht. Ja, und das muss soweit nicht kommen. Ja, wenn du also spürst, du bei dir ganz persönlich in deinem Leben, dass etwas gerade nicht mehr passt, wenn du spürst, dein Leben ist anstrengend oder gewisse Lebensbereiche, vielleicht auch trist oder überholt, dann steig aus dem Festhaltekampfmodus aus. Ja, wenn du Widerstand spürst, weil du weil du an längst überholtem Fest hältst, dann verlierst du ganz wertvolle Lebensenergie. Und nicht nur das, was die meisten übersehen ist, wir büßen dadurch auch unsere noch viel wertvollere Schöpfungsenergie ein. Lebensenergie mega wertvoll, Schöpfungsenergie, da ist noch ein Zacken drauf. Immer dann, wenn wir wieder versuchen, den Normalzustand aufrecht zu erhalten und ja, dann hast du so die Gelegenheit herauszufinden, welches Thema bei dir gerade aktiv ist. Ja, das Leben gibt dir Zeichen. Nimm sie an und ja, wachse an ihnen. Das ist so meine Empfehlung für dich. Möglicherweise begegnest du in diesem Prozess, und das ist nicht unüblich, ja, deinen Existenzängsten. Das hat es bei mir übrigens auch ausgelöst, die Entscheidung, einen Podcast die Woche weniger zu machen in etwa, hat Existenzängste ausgelöst. Völlig unlogisch. Ja, das sind Momente der Unsicherheit, ja, Angst, die Kontrolle zu verlieren, oder das Gefühl, so den Herausforderungen auch nicht gewachsen zu sein. Auch das sind übrigens Existenzängste, ja. Also wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen das nicht, das ist alles zu viel, ja. Also neben den klassischen finanziellen Ängsten, ja, sind auch das Existenzängste. Bei meinem Entschluss, den Content zu reduzieren, ist das so passiert. Und ich musste wirklich hinschauen und tief gucken und sagen, Mensch, das ist total logisch. Das ist überhaupt gar nicht erklärbar. Und trotzdem war es da. Und ich konnte dadurch wirklich sehr tief gehen, um zu beobachten, ja, wie sehr wir, oder in diesem Falle ich, aber ich spreche mal in der Wir-Form, wir unbewusst vermeintliche Sicherheit und, ja, und unsere Existenzberechtigung an Fleiß, an Leistung, ja, und vor allem aber auch an Gewohnheit knüpfen. Und statt wirklich an unsere Erfüllung, ja, damit nehmen wir uns nämlich wirklich auch den kreativen Raum der Möglichkeiten, den verschließen wir uns dadurch. Wir funktionieren einfach nur noch. Doch Existenzängste sind in unserem Kopf oftmals nur Konstrukte. Sie sind viel größer, als sie wirklich sein müssten, ja. Und vielleicht fragst du dich einfach mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist so eine Frage, die mir immer hilft. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Denn meistens zeigen sich dann auch superschnell Lösungen für deine vermeintlichen großen Sorgen, ja. Wenn du innerlich bereit bist und die Themen erkennst, dann kannst du loslassen. Und mal dir meiner Meinung nach auch ein positives Zukunftsszenario, ja. Was, wenn alles gut wird? Was, wenn du erfolgreich sein wirst mit dem, was du vorhast? und deine Träume wahr werden, je mehr du dich auf das Positive konzentrierst oder fokussierst, desto weniger Raum hat so dein Inneres für Angst und Zweifel, ja. Bei mir ist es vollkommen klar, ich werde meine gewonnene Zeit, meine gewonnene Lebenszeit, sowas Kostbares, in eine ganz liebevolle Beziehung zu mir selbst investieren. Ich werde das echt genießen, dass ich mehr Zeit für mich habe. Aber auch die konstruktive Arbeit mit meinen Kunden, da geht mir so mein Herz auf. Das gibt mir selbst ein ganz tiefes Gefühl von Erfüllung, wenn ich so unsere Teilnehmer, wenn ich sie so anschaue und sie wirklich strahlend von ihren Erfolgen und ihrer Entwicklung berichten und über sich hinaus wachsen und, ja, in ihren Frieden hinein und in ihre Freiheit hineinwachsen. Das gibt mir so unglaublich viel. Ich investiere meine gewonnene Energie in, mich in gewissen Bereichen auch weiterzubilden. Ja, das ist auch ganz spannend. Und es gibt Themen, die ich mir bisher noch nicht erschlossen habe und oft auch die Zeit dafür nicht hatte. Und allein schon die Entscheidung, jetzt den Content zu reduzieren und, ja, und mir wirklich die Freiheit zu nehmen, das so zu machen, wie es zu mir passt, das hat bei mir dazu geführt, dass ich eine lange Vision, die ich längst habe, umgesetzt habe und, oder am Umsetzen bin auch. Und es beflügelt mich so sehr, zu sehen, wie das jetzt Realität wird, sobald ich eben meine Limitierungen besiege. Ja, denn Angst ist eine Limitierung. Und du siehst, das Loslassen, in meinem Fall einer vielleicht auch eher oberflächlich betrachtet, banalen Sache, macht den Weg frei für Erfüllung, für Größe, für Frieden, für Freiheit. Wie ist es bei dir? Ich wünsche mir, dass diese Podcast-Folge dir hilft, dass es etwas in dir anklingt, dass du, dass du was erkennen kannst und vor allem aber auch, dass es dir hilft, zu verstehen, dass du damit nicht alleine bist mit diesen Themen. Wir alle stehen aktuell mehr oder weniger an einem sehr elementaren Wendepunkt in unserem, in unserem Leben. Ja, der eine trennt sich gerade, der andere kündigt seinen Job oder wechselt den Job. Jemand anderes zieht um oder möchte umziehen oder auswandern, ja, eine Familie gründen oder sich selbstständig machen. Ja, es ist gerade so viel in Bewegung, ja. Manche vergrößern gerade ihre Firma und der eine oder andere macht den Sprung von der Selbstständigkeit überhaupt ins Unternehmertum. Ist auch eine unfassbar spannende Reise, kann ich wirklich nur empfehlen, aber ist auch knackig, ja. Ja, und mancher macht auch vielleicht gerade so den Sprung zum Investor, ja, und nimmt sich vielleicht ein Stück aus seiner Company raus, weil der Schritt ins Neue nicht nur ein mutiger Schritt ist, sondern eben auch so den tiefen Wunsch auslöst, freier zu werden. Ein Schritt ins Unbekannte ist immer die Chance, etwas zu lernen und das stärkt unsere Fähigkeiten, uns selbst zu heilen, uns selbst zu führen. Jeder Schritt, wirklich jeder Schritt trägt dazu bei, dein eigenes Leben zu gestalten und das ist das, worum es geht, ja. Spiritualität, Spiritualität, der Weg der Spiritualität ist eben wirklich ein Weg im Weltlichen auch. Ja, und ich möchte hier gerne ein Zitat von Marie Curie herbeizitieren, ja, das, was man lernt, was man versteht, das fürchtet man nicht mehr. Lass mir gerne deine Gedanken im Kommentar da. Wo befindest du dich gerade auf deiner Reise? Schließlich sind wir hier gemeinsam angetreten und es macht bestimmt total Sinn, dass wir einfach mal spüren, wo steht denn der Einzelne gerade, ja. Und nochmal meine Einladung, wenn du an unserer kostenfreien Live-Show teilnehmen möchtest, dann schau mal nach dem Link. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, denn, wenn du informiert werden möchtest, ja, wann gibt es denn was zu sagen? Und dann aktiviere die Glocke, abonniere den Kanal und dann bekommst du auch immer wieder eine Benachrichtigung, wenn es hier weitergeht. Bis dahin sage ich erst einmal, ich wünsche dir eine wirklich ganz, ganz tolle Reise, auch nach innen und vielleicht sehen wir uns jetzt Mittwochabend im YouTube Live, das würde mich auch freuen. Ich wünsche dir von Herzen das Allerschönste für dich. Deine Schwester im Geiste Deine Linda Deine Linda Deine Linda Deine Linda